Ich habe früher sehr viel gezeichnet und ich zeige euch jetzt meine Zeichnungen. Zuerst ein Herz. Ich finde das richtig schön. Das war 2020. Ein paar nette Orangen. Auf welchen Schritt war ich? Wieso mache ich Gedärme? Auf welchen Schritt bin ich jetzt? Das sind Organe. Ein Apfel. Noch ein Gedärm. Und eine Hand mit einem Schmetterling.